Wir werden wieder weitermachen mit unseren Übungen, ein bis zweimal die Woche postet ihr was, das habe ich euch versprochen. Heute machen wir Kniebeugen und zwar mit einer Zusatzbelastung. Ich habe zwei Normalwasserflaschen aus Glas, eine hat 100 Kilo. Das ist schon ein bisschen Zusatzgewicht, was jeder daheim hat. Ich habe da hinten noch einen Fitnessraum, aber ich würde die Übungen so machen, dass jeder das machen kann, ohne sich irgendeine Zusatzanschaffung zu leisten. Wir stellen uns hin und beim runtergehen strecken wir die Arme nach vorne, natürlich Schultern, weg von den Ohren, wie immer. Und durch dieses Gewicht kommen wir weiter runter. Das hilft sozusagen die Spannung zu halten und eben auch noch den Winkel zu verkleinern, weil wir wollen ja full range of motion, so tief wie möglich alle.